Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich nicht nur ein Rezept für euch, ich habe mehr als 500 Rezepte für euch und zwar in unserem neuen Kochbuch. 500 Rezepte, das große Kochbuch für den Thermomix. Das ist unser neues Wunderkessel Lieblingsrezepte Buch. Wir haben ja diese wunderschöne Reihe Lieblingsrezepte in unserem Wunderkesselforum jahrelang gehabt und leider sind die schon seit sehr sehr langer Zeit ausverkauft. Oft wurde gefragt, könnt ihr die wieder auflegen? Könnt ihr die wieder auflegen? Wann kommen die Lieblingsrezepte wieder? Jetzt sind sie da und zwar im wirklich modernen Format als E-Book. Könnt ihr als Kindle oder als E-Book für Apple Geräte runterladen bei Amazon zum Beispiel. Wir legen euch einen Link in die Beschreibung und wie der Titel schon sagt, 500 Rezepte. Es sind 500 Rezepte in diesem E-Book. Um ehrlich zu sein, es sind sogar ein paar mehr und zwar wirklich aus allen Kategorien. Mit Foto, mit Inhaltsverzeichnis natürlich ganz klar. Wir haben das alles sortiert nach Kategorien so wie das in den Rezeptbüchern und bei uns im Forum natürlich auch ist. Wir haben Hauptgerichte für jeden Geschmack. Wir haben jede Menge vegetarisches, veganes, wir haben Suppen, wir haben Brotaufstriche, wir haben Backen süß, Backen herzhaftes komplette Programm. Einmal von oben bis unten und das tolle ist, ihr braucht bei eurem E-Book Reader einfach nur ein Suchwort einzugeben. Werdet automatisch an die gleiche Stelle gebracht, wo das überall steht. Wir haben jede Menge Features eingebaut. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Im Moment haben wir es zum Einführungsangebot. Da könnt ihr auf keinen Fall was verkehrt machen. Also schnell bestellen und dann die besten Rezepte aus dem Wunderkessel hier nachlesen und bei euch zu Hause natürlich nachkochen. Und eines muss ich sagen, das Buch muss gut sein, ja weil da ist ein cooler Typ vorne drauf.